So und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück bei uns auf unserem Kanal zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge sind wir endlich in diesem wunderbaren TV Station angekommen und haben ganz viele Leichen gefunden und sind mit Dina jetzt hier auf dem Weg hier nach oben und gucken uns jetzt mal hier das Gebäude so weit an und wie wir feststellen konnten sind super viele WLFs tot und Dina hört irgendwas. Ich weiß nur noch nicht was sie hört. Achso doch. Ich wollte gerade sagen wir können nicht mehr rennen aber doch wir können noch rennen. Was ist hier passiert? Oh nein. Ist das diejenige die wir gesucht haben? Das ist sie. Lea. Scheiße. Sicher? Ja. Das Universum war wirklich gegen sie. Warum? Sie hat nichts dabei. Ja. Dina. Hm? Das sind sie alle. Nein, warte. Das ist bei Jackson. Schau mal, wie beschissen sie lächeln. Das ist sie. Die hat ihn umgebracht. Drei erledigt, ja? Drei erledigt. Drei, bitte melden. Begleitet Einheit India zum TV-Sender. Wiederhole, begleitet Einheit India. Ja, wir sollten hier weg. Okay, also, wir haben jetzt leider unsere Kontaktperson gefunden. Leider nicht mehr allzu lebend. Leider. Ähm, haben Fotos gefunden von... Von verschiedenen Leuten. Aber sie hat Joan nichts getan. Das wäre falsch gewesen, sie zum Reden zu zwingen. Sie ist hunderte Malen gereist und so fortan. Ist mir egal, ob sie die Keule gehalten hat. Ich verstehe. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. Willst du dich irgendwo verkriechen? Leas Zeug durchgehen? Oh ja. Gehen wir weiter in die Stadt. Wir könnten ein sicheres Gebäude suchen. Also, man muss ja mal sagen, ne? Ähm, klar, wir sind immer noch extrem wütend und rachsüchtig, äh, auf Abby. Ja, die ja Joel umgebracht hat. Aber, eine Kontaktperson, beziehungsweise hier, sie jetzt hier dafür in Verantwortung ziehen, obwohl sie gar nichts dafür kann, finde ich schon ein bisschen heftig. So ein heftiger Scheiß, ne? Das Problem, was wir jetzt aber gleich kriegen, ist, ähm, dass wir Besuch bekommen. Shit. Easy, komm. Komm, 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 komm. Wir machen uns jetzt mal, wir machen uns heute mal, versuchen uns jetzt mal ein bisschen tricky, äh, Anzüge. Wir chillen jetzt mal hier hinten. Ähm, werde ich jetzt im, ähm, wir chillen jetzt mal hier hinten und wir machen jetzt Taktik-Maktik-mäßig, äh, stellen wir jetzt erstmal noch ein paar Bärmchen her, weil es so geil ist, weil wir so coole Dudes sind und das nicht mehr herstellen können. Boah, wir könnten auch. Wow. Alter, die kleine Mistmärte. Ficker, alter. Fingst hier ein paar. Oh. Okay, wir wollten es ein bisschen anders taktisch angehen, aber egal, wir haben es, 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 wir haben es. Eigentlich ganz cool gelöst. Ist ganz cool gelöst. Oder auch nicht. wo kommst du kommst du von der seite an ein kleiner seitenschneider okay also können wir nicht einfach mit den reden hätten wir jetzt nicht einfach mit den reden können hätten einfach sagen können er zu dachte du hast nicht so viel mehr hier noch mal ein paar sachen die aber hier richtig die sind ja mal explodiert und zwar richtig böse explodiert und ja die hätten eigentlich finde ich auch die scheiße ja hätten sie eigentlich abhängen können also denke ich was jetzt kommt noch weitere oder was könnte ich jetzt eigentlich noch mal so ein ding hier kann ich nicht herstellen so ein schalldämpfer weil die warum hält hier nur irgendwie fünf schüsse oder so ficker alter ihr wichser das fenster hier okay wir sind einfach wir sind jetzt einfach planisch weg Das sind viel zu viele. Dina, bist du da? Ja ok, Dina ist da. Jaja, versuch mal da reinzukommen. Hast du gar keine Maske? Hast du immer noch nicht erzählt, wa? Wo geht's denn hier? Hä? Wollt ihr mich verkackern? Wo willst du denn hin? Ach, hier müssen wir hin. Nice. Ah, da ist es dunkel. Okay, also hier komm ich aber wahrscheinlich nicht hin, oder? Wir müssen weiter. Jetzt fresse. Problem ist jetzt nur, dass... Wenn hier Sporen sind, sind hier bestimmt auch Runner, beziehungsweise... Klicker. Und auf die, gleich so wie es ist, hab ich noch weniger Lust. Erstmal machen wir uns in eine Verleihung. Aber auf die hab ich nur wirklich gar keinen Bock, wa? Also, jetzt mal... ernsthaft gesprochen, die sind echt... Macht keinen Spaß, sagen wir mal so. Ey... Klicker sind... Ich dachte, sie hätten uns... Ich weiß... Ich hätte das auch gedacht, dass sie euch haben. Kann ich hier irgendwie... Nach hin? Warum muss ich jetzt da hin? Kann ich da einfach so... Hallo? Geht doch. Okay, Klicker. Die sind auf jeden Fall blind. Das heißt, sie sehen unser Dings nicht. Aber ich... Wie gesagt, ich mag Klicker nicht. Schütze oder nicht... Ich weiß nicht... Körpers... Scars finde ich hier auch interessant. Äh, das mache ich gleich mit euch, Freunde. Tötet sie! Bin gespannt, wer überlebt. So wie es aussieht, überleben die Klinge. Tina, kannst du mich nicht durchlassen? Was? Was? Bitte, was? Ich hab den noch extra kaputt... Was ist wieder ähnlich? Ähnlich, propelig? Achtung! rap! Schwung! Auf geht's. Töger Sie. нам Swümmeln surplus. Schla-Boom-Ber-Boom. Damit habe ich nicht gerechnet. Nicht ganz so. Probieren wir das gleiche Spielchen nochmal. Diesmal nur besser. Wir werden diesmal es ein bisschen professioneller angehen. Was ist passiert? Was ist das? Lag? Ausfall? Was? Alter, das war ja mal mega lag. Jetzt habe ich eine Mauszeige, die mir noch mit der Zerserie steht. Schieß mal. Diener, nicht schießen. Ich weiß nicht, ob man das gerade gesehen hat, aber... Ich Frau Buschost. Oh mein Gott, wie Lesb Baum? Oh, oh, oh. Das würde ich sagen, war ein Kopfschuss. Wir sollten nicht zu lange hierbleiben. Schnapp dir, was du kannst. Und dann lass uns gehen. Warum nicht? Ich möchte einfach ganz in Ruhe looten. Wir haben doch alle jetzt kaputt geplätscht. Oh, what? Oder sehe ich das falsch? Warum läufst du so... Ey, du hast so volles Leben. M'lady? Da hinten scheint noch ein bisschen Action-Macken zu sein. So, aber erstmal... Hallo? Hallo? Ich will das... Da unten. Danke. Genau aus diesen Gründen möchte ich... Dieses da unten ab für die Munasien. Amunasien. Okay, also da hinten scheinen noch ein paar Doodys zu sein. Oh, man. Hier hinten geht es auf jeden Fall weiter. Und da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Action-Macken angesagt. Da wollen wir jetzt aber erstmal noch nicht hin. Noch nicht. Aber gleich. Weil wir gehen jetzt erstmal hier lang. Um nochmal ganz kurz zu... ...looken, ob wir hier irgendwas... ...für Gäse haben. Jetzt gehen wir erstmal nicht danach raus. Können wir hier rüber? Nein, kann ich nicht. Warum ist Ellie so mega lahmarschig? Okay. Gut. Hier hinten geht es anscheinend noch ein bisschen weiter, du. Ich würde fast sagen, da durch die Tür geht es noch ein bisschen weiter. Dina! Hält dich! Oh, shit. Okay. Komm. Okay. Komm weg hier. Ja. Alles okay? Ja. Danke. Sagt sie jetzt so? Alles okay. Ich bin so müde. Lass uns hier verschwinden. Ja, okay. Müde ist das eine, aber sich jetzt hier einfach hinlegen, wäre jetzt glaube ich nicht die optimalste Lösung. Ja, hallo. 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 So, hier gibt es auch noch mal ein paar Pillen. Pum. Gibt es hier noch was schönes? Oh. Äh. Hallo. Hier gibt es auch noch mal ein paar Pillen. Ach, der geht jetzt versperrt. Monasen? Monasen? Ey, wir können ja da hinten durch. Da fahre ich mich gerade sagen. Ja, da sind wir mich gerade noch vorbeigelaufen. Und da dachte ich mir schon, da können wir bestimmt noch mal durchgehen. Schön hier durch. Zack. Hast du gehört, wie sie uns genannt haben? Scars? Scars? Ach, wie sind die Scars? Wenn die Wolves ausgeweitet hat? Ja, okay, aber das war mir halt noch nicht. Total Psychos. Sag bloß. Ja, man muss aber auch ganz klar sagen, alle sind gefühlt da so eine Psychos. Ja, also die Wolves, so wie die Scars, so wie ihr. Also falls ihr die Scars seid, seid ihr ja auch zu mir. Scheiße, was? Und dementsprechend solltet ihr euch da mal nicht so rausnehmen, wa? Freunde? Gut. Wir gucken uns in der nächsten Folge den Tunnel weiter an. Kommen da vielleicht raus, vielleicht auch nicht. Vielleicht sehen wir noch ein paar WLFs. Wann nehmen wir wieder Abby? Oder wann spielen wir wieder Abby? Diese Fragen werden wir alles in den nächsten Folgen noch weiter klären. Ich hoffe, ihr hattet heute mal wieder ganz viel Spaß. Lasst ein Like, da lasst ein Kommentar. Und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, gerne unseren Channel abonnieren. Ich hoffe, ihr hattet heute mal wieder ganz schön. Die Folgen verpasst, eure Fragen werden, Ja, das ist alles in der Ferne.